Also es waren durchwegs tolle Erfahrungen, die man da gemacht hat. Man lernt ein anderes Land kennen, andere Kultur, andere Religion und so weiter und auch einen respektvollen Umgang der Leute untereinander. Also ich habe da sehr viel erlebt, aber was man jetzt für den Fußball direkt umsetzen kann, ist immer schwierig, weil der Fußball ganz anders dort funktioniert, auch aufgrund der Temperaturen. Aber ich glaube, was man sicherlich mitnehmen kann, das ist einfach, dass man Dinge nicht so dramatisch sind, sondern dass man einfach ein bisschen ruhiger wird, wenn man daran denkt und dass es eben auch andere Dinge gibt. Ja, also schwierig, weil wir wollen jetzt unbedingt einmal die Hürde Soligorsk überspringen. Das wäre für uns und für uns alle wäre das natürlich eine Riesensache, damit wir einfach in die nächste Runde einziehen. Wir wollen im Cup so weit wie möglich kommen, also im ÖFB Cup, weil das hier schon Tradition hat. Deshalb ist mir der ÖFB Cup auch sehr, sehr wichtig. Und in der Meisterschaft, ja, will ich mir das nicht festmachen auf einem Tabellenplatz. Wir wissen, dass wir auch vom Kader her sehr dünn unterwegs sind. Also ich hoffe, dass wir verletzungsfrei bleiben und dass wir einfach die jungen Spieler weiterentwickeln, in ihrer Entwicklung helfen. Und dann werden wir dadurch auch genug Punkte machen, damit alle zufrieden sind. Aber ich sage, Arbeit mit der Mannschaft muss nicht immer die Tabellensituation, ist dann nicht immer wirklich das Wichtigste, sondern es geht schon darum, wie eben die Spieler sie weiterentwickeln. Also für mich ist einfach sehr, sehr wichtig, dass die Spieler unterscheiden können, Arbeit und privat. Also dass sie wirklich, wir können immer, die Spieler können untereinander einen Spaß haben. Man kann, man kann, ja, es soll ein lockerer Umgang sein. Nur wenn wir am Platz stehen, dann muss einfach gearbeitet werden und dann ist es vorbei mit Spaß. Dann geht es um das Team, da geht es um Disziplin und das ist mir sehr, sehr wichtig. Wenn bei mir ein Spieler, wenn ich in der Mannschaft das Gefühl habe, ein Spieler gibt alles, versucht alles, dann darf der Fehler machen. Aber wenn ein Spieler nach Ballverlust stehen bleibt und abwinkt und solche Dinge, also da hat er dann mit mir sicherlich gleich mal ein großes Problem. Aber wenn ein Spieler einen ehrlichen Fußball spielt, sie was traut, riskiert, dann darf er auch Fehler machen. Aber wichtig ist eben das Umschalten, den Ball wieder zurück erobern wollen und sich in den Dienst der Mannschaft stellen. Ich sage immer, der Unterschied, es gibt immer, ob wir im Ballbesitz sind oder ob der Gegner im Ballbesitz ist. Dadurch ändert sich das System eigentlich ständig. Wir sind von der Papierform her, stehen wir im 3-3-1. Aber umgekehrt, bei Ballgewinn ändert sich bei unser System und bei Ballverlust ändert sich natürlich sofort das System. Und aus dem Grund möchte ich mich gar nicht so auf das festlegen, sondern ich sage, für mich ist es wichtig, dass jeder Spieler in jeder Phase des Spiels genau weiß, was er zu tun hat, wohin sein Mitspieler läuft. Und wenn das jeder verinnerlicht hat, dann gibt es einfach Automatismen und dann sind wir einfach viel effektiver nach vorn und genauso bei der Balleroberung.